Am Anfang jeder Erfolgsgeschichte steht eine Idee. Unsere ist es, sie bestmöglich im Formenbau zu unterstützen. Hierfür haben wir die Normalie entwickelt, die Hasco zum Wegbereite des modernen Formenbaus macht. Als global agierendes Unternehmen arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen, um ihre Projekte immer besser und immer schneller zu verwirklichen. Hasco war schon immer ein agiles und dynamisches Unternehmen. Schon 1973 hatte Hasco weltweit 35 Standorte. Für unsere Kunden ist wichtig, lokal und persönlich betreut zu werden. Deshalb hat Hasco Standorte auf der ganzen Welt. Das klappt nur mit Mitarbeitern, auf die man sich verlassen kann. Damit die Leistung für unsere Kunden passt, muss ein Rad in das andere greifen. Das Arbeiten im Team ist die Grundlage dafür. Weltweit sind wir für unsere Kunden vor Ort. Mit starkem Service und kompromissloser Produktqualität. Hasco ist eine große Herausforderung. für neue Ideen und Lösungen. Es ist immer sehr emotional. Natürlich müssen wir auf jeden Tag neue Säden und unser Objekt ist der Wiener. Der Name ASCO ist synonym für die Kompetenz im Sektor. Mit unserem technischen Know-how sind wir dann für unsere Klanten ein gefragter Partner aus Medi-Adviesiger. Auch der Heißkanal spielt im Spritzkurs eine zentrale Rolle. Hier geht es um Qualität, Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Unsere Heißkanal-Spezialisten bieten individuelle und leistungsstarke Lösungen. Zukunft hat bei ASCO nichts mit Zufall zu tun. Im Interesse unserer Kunden sowie unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen planen wir Zukunft. Wir betreiben intensive und proaktive Personal- und Produktentwicklung. Wir bilden aus, schulen und kooperieren eng mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen. ASCO gestaltet Zukunft. Wir arbeiten grundsätzlich selbstständig. Vorher will ich es kurz erklären, dann sind wir auf uns alleine gestellt, sind aber alle immer offen für Fragen und Anregungen. Bei diesem Beruf muss man Spaß haben, man muss diesen Beruf mögen. Also die Stimmung ist bei ASCO top. Also alle kommen gut miteinander klar, alle machen ihre Arbeit und alle sind zufrieden. Wir denken und agieren global und sind für unsere Kunden vor Ort mit engagierten und kompetenten ASCO-Mitarbeitern.